... geworden. Ein außerordentlich hübsches Paar. Sie kommen aus Kopenhagen und sie sind Standardmeister ihres Landes. Die Lifts, die Sie hier sehen, also Hebefiguren, sind nur zu Beginn und am Ende bei der Kür erlaubt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 sehr ansprechend die leistung dieses pares genauso hübsch das gleit von meyer blau behalten oberteil reich mit pailletten besticht dann trägt ja auch jetzt wieder mehr stoff als in den letzten jahren für die sieben internationalen wertungsrichter jetzt nicht einfach das erste paar zu bewerten die erste wertung für unser paar aus dänemark die a note ist 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,7 und 5,6 a note für technik und b note nun für den künstlerischen wert 5,7 5,7 5,8 5,7 5,6 5,7 und 5,6 hier a und b noten fast identisch meistens die b note etwas höher für den künstlerischen ausdruck so so Untertitelung des ZDF, 2020